Wer singt für Österreich beim Song Contest? Das ist zugleich der Titel, aber auch die zentrale Frage dieser Show. Und diese Show befolgen heute übrigens auch Songwriter und Produzenten auf der ganzen Welt. Nicht nur aus Spaß, sondern auch, weil die wissen wollen, mit wem sie es in den nächsten Wochen zu tun bekommen werden. Denn wenn Österreich den Song Contest im eigenen Land austrickt, wollen wir in allen Bereichen aus dem Vollen schöpfen. Daher werden die Sex-Acts ab kommender Woche mit einigen der besten Songwriter und Musikproduzenten der Welt eng zusammenarbeiten, um gemeinsam den perfekten Song Contest-Hit für dieses Jahr zu produzieren. Mein Name ist Sharon Vaughn. Vielleicht kennt Ihr Publikum die Sunrise-Avenue. Hi, ich bin Jimmy Harry und ich arbeite mit Menschen wie Pink, Madonna. Mein Name ist Julie Frost. I wrote a song that won the Eurovision in 2010 for Germany. Damit sie genau wissen, mit wem sie es zu tun bekommen, verfolgen Profis in aller Welt die Auftritte unserer Künstler also ganz genau. Es geht heute Abend um sehr viel, es geht um die Gunst des Publikums, aber auch natürlich darum, wer denn nun mit welchem Songwriter und Produzenten zusammenarbeiten wird. ... ...